Nummern, die man niemals anrufen sollte. Und wenn du glaubst, dass Geister echt sind, dann lass mal ein Abo da. Let's go! Wenn du diese Nummer je anrufst, schau, dass du viel Geld auf dem Konto hast, denn pro Minute kostet diese Nummer 24,14 Euro und angeblich soll man nicht auflegen können, bis man sein Handy neu startet. Diese Nummer solltest du niemals anrufen, wenn du nachts noch schlafen gehen willst. Hier hörst du gruselige Geräusche und Menschen im Hintergrund, die schreien, ich verbrenne, bitte hilf mir. Diese Nummer hier hörst du eine Frau im Hintergrund schreien, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Susi ist am Ertrinken und Menschen glauben, dass das ein echtes Event war. Jeder, der diese Nummer hatte, wurde umgelegt und wenn du da anrufen solltest, nimm die Nummer deinen Standort und du wirst gejagt, bis du umgelegt wirst. Aber viele sagen, es ist fake. Und diese Nummer hier solltest du auf gar keinen Fall anrufen. Das ist meine Nummer. Irgendjemand hat meine Nummer geleakt. Ich kann mein Handy gar nicht mehr gescheit benutzen. Und hier ist das nächste Video für dich angepinnt.